Wir prägen die Schweizer Musikbranche. Ich als Rapperin und Beatboxerin. Ich als Lifetone-Technikerin. Moi, als Realisatrice und Produktrice de Clips. Ich als Sangerin und Songwriterin. Ich als Bassista. Ich als DJ. Moi, als Rappeuse. Ich als Cantadora, Cantautora, Performer, Musizista. Ich als Cantautrice. Moi, als Autor, Compositrice, Interprette und Musicienne. Ich als Batteriste. Ich als Musikerin und Lichttechnikerin. Ich als Radiomoderatorin. Ich als Batteriste Professioneller. Ich als Sangerin. Ich als DJ und Speaker Direkte 3, Radio, Television in der Schweiz. Moi, als Produktrice, Chanteuse und Pianist. Moi, als Violonist, Chanteuse und Compositrice. Ich als Sangerin. Ich als Transgender Reggae Dancehall Artist. Ich als Technikerin. Als Componistin. Als Musikerin. Ich als DJ und Produzentin. Toi, que tu pratiques la Musik comme un hobby, ou professionnellement, que tu sois une femme, une personne trans, intersex, non-binaire, rejoins la communauté et inscrits toi sur le site de musicdirectory.ch. Nous occupons la scène, nous sommes là, nous voulons travailler. Ja, ja! Untertitelung des ZDF, 2020